Weidmannsheil, liebe Geertester! Heute stelle ich euch quasi einen fast schon alten Hasen unter den geradezu Kropotierern vor, die SteelAction HS mit Kunststoffschaft. SteelAction ist eine verhältnismäßig junge Firma und hat die SteelAction HS erstmalig auf der IWA 2017 vorgestellt. Seitdem hat sich die Firma SteelAction in der Riga der geradezu Kropotierer kontinuierlich etabliert und ist heute eigentlich aus der deutschen Jägerschaft nicht mehr wegzudenken. Das besondere an der Philosophie bei SteelAction ist, dass man mit Ausnahme weniger Teile auf eine Ganzstahlproduktion bzw. auf eine Ganzstahlentwicklung setzt. Das heißt, sucht man sich zum Beispiel die Variante mit Kunststoffschaft aus, haben wir Kunststoff im Schaft natürlich und ihr seht es hier schon an dem Magazinboden. Der Rest der Waffe ist vollumfänglich aus hochfestem Stahl gearbeitet, welches nitrokarboniert ist. Das Besondere an diesem Veredelungs- oder Härtungsverfahren ist im Grunde genommen, dass in einem Diffusionsverfahren, was sich jetzt kompliziert anhört, Stickstoff und Kohlenstoff in die Oberfläche quasi eingebracht wird und dadurch die Oberfläche extrem widerstandsfähig, abriebfest und vor allen Dingen korrosionsbeständig gemacht wird. So viel aber nur am Rande. Die Waffe als solches, wie ihr sie hier habt in dem HS-System, welches für Hunting Short steht, ist ein 308 Winchester. Wir finden bei SteelAction drei verschiedene Systemlängen. Diese Systemlängen denken immer sozusagen verschiedene Kalibergruppen ab, so dass es eigentlich möglich ist vom 22 250 als kleinstes verfügbares Kaliber in der Gruppe HS über die klassischen Medium Kaliber 3008 Familie 8,57,9,3 im Hunting Medium und dann auch noch zusätzlich im Magnum Kaliberbereich bis 300 Winchester Magnum sämtliche Kalibergruppen in drei verschiedenen Systemlängen abzubilden. Der Lauf ist serienmäßig zur Aufnahme eines Schalldämpfers mit einem Gewinde 15x1 vorbereitet, so dass ihr hier ohne Schwierigkeiten abhängig eurer Vorlieben einen Schalldämpfer oder aber eine Mündungsbremse aufsetzen könnt. Kommen wir weiter zum eigentlichen Herzstück der Waffe, dem System. Das System ist, wie ich es bereits eingangs sagte, aus Stahl. Auffällig ist hierbei, dass ihr ein relativ weites Hülsenauswurffenster habt, welches euch auch super ermöglicht, Patronen bzw. Munition im geöffneten Verschlussschustern von oben ins Doppelreihenmagazin einzuführen. Ferner seht ihr hier oben bereits in der Systemhülse eingearbeitet Picatinny-Rails. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ihr sehr viele Möglichkeiten der Montage habt zu relativ günstigen Preisen. Gehen wir weiter auf den relativ starken Verschluss, der hier auch bereits mit Kanälierung ausgeführt ist. Der Verschluss der Steel Action springt einem quasi sofort ins Auge. Warum? Weil er extrem smooth sich wirklich bewegen lässt. Das fällt definitiv auf und ist auch ein Erkennungsmerkmal der Waffe. Der andere Vorteil ist, dass er wirklich hochpräzise gearbeitet ist. Eine ganz scharfkantige Kanälierung des Verschlusses, welcher es quasi ermöglicht, auch wirklich total entspannt die Waffe, egal zu welchen Bedingungen, zu öffnen, zu schließen bzw. zu repetieren. Die Waffe verfügt über eine Handspannung. Die Handspannung ist hier total einfach konzipiert. Einfaches Betätigen des Spannschiebers mit Druck nach vorne führt dazu, dass die Waffe gespannt ist. Unter dem Spannschieber wird dann ein rotes Plättchen sozusagen ersichtlich. Vom Spanndruck bzw. von der aufzubringenden Kraft muss man eher sagen, dass es sich hier um einen leichten Spannschieber bzw. wirklich leicht zu spannen ist. Möchte ich die Waffe wieder sichern bzw. entspannen, habe ich hier oben auf dem Spannschieber einen Knopf, den ich drücke und mit einem relativ starken Federdruck kommt wieder der Spannschieber zurück in seine ursprüngliche Lage und man sieht, hinter der Waffe stehend die rote Markierung ebenfalls nicht mehr. Das heißt, sämtliche Bewegungen nach oben, horizontal, vertikal, drehen, drücken, was auch immer, entfallen. Es ist wirklich sehr simpel und einfach gemacht. Und das setzt sich sozusagen auch durch den Rest der Waffe weiter fort, dass sie einfach als jagdliches Werkzeug einfach und handhabungssicher gemacht ist. Eine kleine Ausnahme gibt es, zu der kommen wir gleich, wenn es um das Einsetzen bzw. das Herausnehmen des Verschlusses geht. Machen wir aber weiter mit dem Abzug. Der Abzug ist ein einstellbarer Druckpunktabzug, welcher sich von 500 bis 2500 Gramm einstellen lässt. Auch hier relativ einfach. Ihr seht hier unten diese Bohrung, durch die ein Imbusschlüssel entsprechend eingeführt werden kann und wo ich ohne die Hilfe eines Büchsenmachers mir den Abzugswiderstand meines Abzuges optimal einstellen lassen kann. Der relativ kurze Kammerstängel ist vor allen Dingen auffällig in der Geometrie der Waffe. Was möchte ich damit sagen? Das Verhältnis vom Abzug zum Kammerstängel ist für meine Begriffe in einer optimalen Linie. Das äußert sich vor allen Dingen später beim schnellen Repetieren wieder, dadurch, dass die Hand nach kürzester Zeit der Einübung sofort den Kammerstängel findet und ich hier ein sehr sehr schnelles Repetieren bewerkstelligen kann. Der Schaft als solches ist mit Gummi-Inlays versehen, so dass ich dort wirklich einen sehr kompakten Griff habe und auch bei kalten Händen oder bei nassen Händen immer wirklich einen guten Griff habe. Der Pistolengriff ist verhältnismäßig steil gearbeitet und, was ich auch sehr ansprechend finde, in dem Fall als Rechtsschützenversion, der Pistolengriff ist nach innen wirklich ausgewölbt. Das heißt, mit Griff an die Waffe habe ich wirklich ein sattes Gefühl, wo die komplette Hand irgendwo Halt findet. Der Schaft aus Kunststoff für mein Dafürhalten nicht allzu hohl, also vom Geräusch her zumindest. Auch hier kann man sich natürlich fragen, möchte ich eher die Kunststoffvariante oder möchte ich die Holzvariante? Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ansonsten, wie ihr schon seht, eine verhältnismäßig einfache Waffe auf den ersten Blick, die aber schlicht und ergreifend funktioniert. Und das, finde ich, macht den besonderen Reiz der Steel Action auch irgendwo aus. Kommen wir noch mal zum Magazin. Beim Magazin, welches ihr sozusagen in zweifacher Ausfertigung bekommt, also ihr bekommt automatisch, out of the box, zwei Stahlmagazine mitgeliefert, ist dieser Magazinboden in rot gehalten. Auch hier kann man das vielleicht ja als nettes Feature halt einfach sehen. Selbst bei eingeführten Magazinen kann ich als Schütze den Patronenboden sehen. Das heißt, wenn ich verschossen habe, gerade zum Beispiel in einer Ausbildungssituation oder wenn ich zu mehreren auf dem Skistand bin oder selbst in einer hektischen Situation auf der Drückjagd sehe ich den roten Magazinboden, weiß ich, dass ich einen Magazinwechsel durchführen muss oder aber, dass schlichtweg die Waffe, weil ich als Schütze, verschossen habe und von der Waffe keine Gefahr mehr ausgeht. Nice to have, denke ich. Super. Soviel zu den technischen Daten, zu dem, was ihr sozusagen bei Steel Action bekommen könnt. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie die Waffe schießt und was sie sozusagen auf die Scheibe bringt. Bevor wir jetzt schießen, vielleicht noch ein Wort zur Magazinkapazität. Ich kann im Standardkaliberbereich 5 plus 1, das heißt, fünf Patronen im Magazin und eine Patrone im Patronenlager verschießen. Es gibt wahlweise noch eine, nennen wir es mal Extended Version, also eine 10 plus 1 Variante. Die könnt ihr aber quasi im Zubehörshop dann dazu kaufen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Schießen und dann gucken wir weiter. Als erstes versuchen wir mal mit der Gecko Star in 165 Grain zu schießen und mal zu schauen, wie die Waffe diese Munition sozusagen verdaut. Also wir haben jetzt drei Schuss mit der Gecko Star in 165 Grain gemacht. Out of the Box, das Glas ist jetzt zu Versuchszwecken. Vorläufig montiert. Also ich denke, das Trefferbild spricht für sich. Das funktioniert. Als nächstes probieren wir mal das Ganze mit der Blaser CDP, auch in 165 Grain. Komplett anderes Geschoss. Mal gucken, wie die damit klarkommt. Wir haben jetzt drei Schuss mit der Blaser CDP gemacht. Wie ihr das Ergebnis gerade seht, einen Schuss, der nach oben ausgewandert ist, habe ich ein bisschen verrissen. Sorry for that. Die anderen beiden liegen gut beisammen. Wir werden jetzt noch eine weitere Munitionssorte probieren, um uns auch da die Ergebnisse quasi anzusehen. Die letzte Schussgruppe, die wir jetzt mit der Federal Power Shock geschossen haben, seht ihr hier auf der Scheibe. Wir haben auch hier eine Gruppe von ungefähr 30 Millimetern auseinander. Die Waffe vermittelt absolut den Eindruck, ein absolut verlässliches und vor allen Dingen auch präzises jagdliches Werkzeug zu sein. Sie fühlt sich unwahrscheinlich wertig an. Ihr habt es teilweise beim Schießen selber gesehen. Ich war überrascht, wie leicht der Verschlussgang ist, sodass das teilweise aussieht, als ob ich daran zerren muss. Das ist absolut nicht der Fall. Es ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich smooth, wie der Verschluss gleitet. Der Abzug ist werksmäßig eingestellt. Wir haben hier nichts gemacht und er bricht wirklich wie Glas. Das spricht natürlich auch wirklich für die Waffe. Insgesamt bestätigt sich der positive Ersteindruck, jetzt auch gerade beim Schießen. Die Gruppen, die wir geschossen haben, mit unterschiedlichsten Musitionen sprechen eigentlich Bände. Am besten hat in dem konkreten Fall die Gecko Star abgeschlossen. Das muss aber im Grunde genommen nicht heißen, dass man vielleicht mit noch anderen Munitionssorten bzw. Ladungen noch viel bessere Ergebnisse produzieren kann. Die Summe der einzelnen Features kann man sagen und der wirklich unglaublich solide Gesamteindruck führen zu einem Gesamtergebnis, wo ich echt sagen kann, echt eine spannende Sache. Wir werden im Laufe dieses Jagdjahres immer wieder diese Waffe zum Einsatz bringen und auch in unterschiedlichsten Situationen die Waffe wirklich testen und auf Herz und Nieren prüfen, um euch hier weiter berichten zu können. Grundsätzlich zusammenzufassen, eine top solide Verarbeitung, die absolut überzeugt, ein super Preis-Leistungsverhältnis mit einigen sehr innovativen Features und eine Waffe, die getreu ihrer Philosophie wirklich für Beständigkeit und Zuverlässigkeit spricht und das vom ersten Moment an. Die Waffe bekommt ihr in dem Zustand hier geliefert. Das Magazin ist entnommen und der Verschluss ist ebenfalls aus dem System herausgenommen. Der Verschluss als solches, hier nochmal im Detail dargestellt, ist ein Drehkopfverschluss mit drei Verriegelungswarzen. Ihr seht schon, von den Dimensionen her wirklich wuchtig und sehr, sehr wertig verarbeitet. Keine der Metall bearbeitenden Stellen weist irgendwelche Werkzeugspuren gravierend auf oder aber, dass hier wirklich unsauber gearbeitet ist. Also hier merkt man, dass die Leute von Steel Action echt wissen, wie mit Stahl zu bearbeiten ist. Jetzt zum Einsetzen. Wenn ich den Verschluss einsetzen möchte, bringe ich ihn im entspannten Zustand, so wie er quasi geliefert wird, setze ihn hinten an, drücke dabei Abzug und an der Seite die Verschlusssperre und führe ihn in das System ein. Jetzt ist der Verschluss frei beweglich. Als nächstes, damit der Drehkopf in die eigentliche Führung sozusagen arretieren kann, dann spanne ich die Waffe, indem ich einmal die Handspannung betätige und gleichzeitig den Kammerstängel zur Seite drücke. Als letzten Schritt kann ich die Waffe mit ein bisschen Schwung sozusagen verriegeln und die Handspannung wieder in einen entspannten Zustand bringen. Zum Herausnehmen leicht andrücken, Waffe entriegelt, ich bringe sie nach hinten. Im nächsten Schritt ist auf der Innenseite des Verschlusses ein Lösehebel, der dazu führt, dass der Kammerstängel nach vorne springt. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr den Abzug und den Verschlusshaltehebel und ihr könnt den Verschluss nach hinten entnehmen. Klingt ein bisschen kompliziert, nach ein bis zwei Mal üben ist das alles blind durchzuführen. So viel zu Steel Action. Die Frage, für wen die Steel Action die richtige Waffe ist, lässt sich verhältnismäßig einfach beantworten, und zwar für jeden. Grundsätzlich bietet die Waffe alles, was eine moderne Jagdwaffe mitbringen muss. Sie hat eine hervorragend funktionierende Handspannung, sie hat einen sehr guten Abzug und sie verfügt über bereits vorgefräste Montageaufnahmen, was eine günstige Montage sozusagen ermöglicht, was gerade für Jungjäger von entscheidender Bedeutung bzw. oftmals von Interesse ist. Ich bin vor allen Dingen von der Geschwindigkeit des Repetierens sehr angetan. Dementsprechend würde ich grundsätzlich die Empfehlung für alle begeisterten Druckjagdschützen oder aber auch teilweise Hundeführer aussprechen, gerade in der 45 cm Variante. Ansonsten hat sie alles, was man braucht. Long Range und im Gebirge ist sie vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl, auch aufgrund des Gewichts. Nichtsdestotrotz, das kann man aber sicherlich mal testen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Ansonsten würde ich wirklich sagen, für jemanden, der schnell schießen möchte, der eine solide Jagdwaffe haben möchte, die mit wenig Schnickschnack daherkommt und die grundsolide und ehrlich ist, ist die Steel Action ein absolutes Must-Have. Der Jäger, der in regelmäßigen Abständen Laufwechsel durchführen möchte, um verschiedenste Kalibergruppen etc. pp. abzugrasen, für den ist die Steel Action definitiv nichts, weil sie eben über dieses Feature des schnellen Laufwechsels nicht verführt. Über das Schraubpressverfahren, wie der Lauf in das System eingelassen ist, ist das an und für sich ein sehr hochwertiges und präzisionsförderndes Verfahren, was aber gleichzeitig dazu führt, dass man eben keinen Laufwechsel so einfach und schnell durchführen kann. Nochmal ein Wort zu dem Schaft. Der Schaft, wie er hier ausgeführt ist mit dem geraden Schaftrücken, gibt es in der Kunststoff- sowie auch in der ursprünglichen Holzvariante. Mittlerweile hat Steel Action hier nachgeholt. Es gibt auch Schaftvarianten mit einem verstellbaren Schaftrücken und mittlerweile den MX-Schaft, wo der Schaftrücken und auch hinten die Schaftkappe zu verstellen ist und dadurch optimal auf den Schützen einzustellen ist.